mit wir sind auch an dieser Mission die letzte Folge gescheitert ist diesmal bei einem Mann aber offenbar wollen wir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen die sagen, dass du voll Womme bist schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch weh! es geht nicht was soll ich denn machen? hier! danke eine noch! nein ich muss schnell sein ja, wo denn? da hinten ok, jetzt müssen wir das Opfer befreien dann hätten wir's die letzte Folge ist ja die Stunde voll gelaufen im Moment nehme ich ja bei der PlayStation nicht nur die upper media auf das heißt für euch auch, dass ihr keine 4k habt, sondern halt eine 720 aber dafür läuft's bei mir flüssiger ja bald kommt hier die PS5 dann kommt 4k überall Kameras hier ist es kannst du mich hören? Moment! ich reiß dir die Tür ein ich bin mir so dankbar für die aber Millionen Klicks gerade ja screwball schon krass, oder? du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenloch-Dingern oh, schau noch mehr Follower screwball setz uns in den Speed T-L-D-R T-L-D-R ich halte das offiziell nicht gut ich halte das offiziell nicht gut dann sag's sie sollen aufhören ach, sei ruhig Digger ach, sei ruhig Digger ach, sei ruhig Digger Aua! da sind zwei Digger Aua! da sind zwei Digger 4 er ist er froh dass du so was hast ich kann hier nichts machen Aua ach tsch 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 ich komme halt mal weg hier was ist das denn als ob der übernommen war und sich nicht mehr bewegen lassen hat was war das denn für ein Mist voll gescriptet hey ich hab noch keine neue Skin genommen Digger das ist doch nicht wahr ich konnte ihn ja noch nicht machen weil der einschnürt guck mal der schlägt einfach eins weiter das ist doch nicht wahr ich brech dir deine duren Knochen was hat dich getroffen was hat dich getroffen Das ist doch nicht wahr. Das ist doch... Komm rüber, mickrige Spinne. Halt still, du Zwerge. Jetzt aber. L-O-L. L-O-L. Ich hab gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fang ich langsam an, das Netz zu hassen. L-O-L. So, da haben wir die Mission noch geschafft. Passiert hier nichts? Ich dachte, es passiert immer irgendwas. Das Problem ist hin. So. Wir waren ja bei... Ich hab 47% gestartet in dieser Folge. Jetzt haben wir... Ich hab 53. Also ich glaub, 50 schaffen auch der Vollgrund. Ich hab' gerade von einer Bombe... Hey, wir bringen noch was über Jefferson Davis und da hab' ich mich... ...die Bombe... ...gefragt, wie geht's deinem Sohn Miles? Nicht gut. Ich kenne das. Man denkt nur noch an den Verlust. Er braucht eine sinnvolle Beschäftigung. Vielleicht ein Nebenjob? Keine schlechte Idee. Aber es muss was passendes sein. Etwas, wobei er sich nützlich fühlt. Wo er etwas bewirken kann. Das klingt für mich genau nach Feast. MJ, das ist perfekt. Ich werde mit May sprechen. Dafür bin ich ja da. Hi. Ach, sie sind da oben. Ich hab' jetzt gewartet, bis er das Kommando gibt zum Stürmen. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? Ich bin ja da oben. Ich bin ja da oben. Dämonen besiegt. Auf zur Bombe. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. in 3 gut entschärft habe den schlüssel die notsicherung die timer der anderen bomben laufen ich muss schnell sein da war sie doch was für den als ob du so viel zeit hast sehr gut auch besser ich helfe immer wo ich kann so jetzt aber umwelt retten ab nächste woche kommt ja mein neues aufnahmegerät und mein auto ab da geht es richtig jetzt bin ich schon zum zweiten mal hier und kann hier nicht hin oder was klartext leute die zerstörte new york masche zieht nicht mehr ja 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 Gekot ja ja Nein, was ist das denn? Ich drück auf Kreise und er weicht nicht aus. Ich drück auf Kreise und er weicht nicht aus. Ich drück auf Kreise und er weicht nicht aus. Harry hat viel investiert, um das Erbe seiner Mutter zu bewahren. Wer kann es ihm verdenken? In einigen Gebäuden in der Nähe steigt der Druck rasant an. Das Problem wird anscheinend durch defekte Regler verursacht. Ich muss sie zerstören, bevor der Druck zu hoch wird und das Gebäude explodiert. Die Stadt wird die kaputten Regler ersetzen. Ich habe keine Zeit für eine sanfte Lösung. Also kaputt mal. Was? Zum Glück sind die Regler draußen. Mit einem gut gezielten Netzschuss kann ich sie zerstören. Aber wo? Die Eile gehen nicht nach Hause. Danke. Jede Wette beginnt Jameson seine Show morgen mit einer Spider-Man-verwüstet-Gebäude-Story. Darf keinen vergessen, keiner alleine kann eine Explosion auslösen. Zu viele Leute im Gebäude. Keine Zeit zum Evakuieren. Jetzt liegt's an mir. Wo war denn da das Nächste? Das kann nicht mehr werden. Die kann ich problemlos zerstören. Die Stadt kann sie leicht reparieren. Da machen wir! Er fällt da irgendwo an. Ich muss losfallen! Okay. Aber ich bekomme immer ein paar Sekunden. Schießt doch! Schießt! Da ist der Nächste. Schießt! Schieß! Hier. Hier. Noch fünf. Ich hätte darauf gewertet, ich schaffe es nicht. Okay, jetzt der letzte. Was? Da war eine Spinne drin. Ja. Okay, schnell aufs Dach und sicherstellen, dass der Druck korrekt abgeführt wird. Drenn doch mal. Irgendeinen hatte ich doch eh wieder gesehen, wie immer. Spiderman macht die Lüftung kaputt oder irgend sowas kommt doch dann. Aber hier hinten haben wir jetzt natürlich die Sachen nicht gemacht. Halten Sie jetzt in Bayern? Ich wollte heute am 30.09 Uhr kommen, wie bei Anfang zumindest in der Web-Aberfläche. Aber das war mir nicht vergönnt. Ich muss sie aus dem Geschäft bitten. Ich muss sie aus dem Geschäft bitten. Ich muss sie losschauen. Ich muss sie aus dem Geschäft Absolves. Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Combo mache, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Combo mache, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Combo mache, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Combo mache, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Combo mache, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, was ist denn der Scheiß? Ich weiß nicht mehr, weil ich den Scheiß erinnere. Oh nein, dann geht's nicht mehr! ich muss ein auch ein süßer so was ist jetzt nächstes auch die mietze Katze Achtung! Einreiten! Wir verfolgen Fahrzeuge mit maskierten Verdächtigen! Haben eine Meldung aus Douglas Das ist aber da hin Du willst erst die mietze Katze machen Erst die mietze Katze Ich muss die mietze Katze rein Ganz oben Das wird nicht angezeigt Ah Felicia schickt mich auf die Jagd Aber so kann ich sie leichter erwischen Ich füttere einen Algorithmus mit all den Orten und kann so ihren möglichen Aufenthaltsort eingrenzen Wer ist denn Na wo ist die Katze diesmal? Irgendwo oben muss sie das sein Irgendwo oben muss sie das sein Oder irgendwo ein Geschäft Ne Also Geschäft gibt es Katze Die Kante muss hier oben irgendwo sein Die Katze muss hier sein Die Katze muss hier sein Der Fahrschluss offen aber bringt nichts Oder vielleicht hier unten in der Menschenmengen? Die beim Imbiss? Nee, auch nicht. Wo ist diese Katze? Wo ist die Katze? Du bist die Katze. Wo ist diese Katze? Wir finden nicht. Ein Gewächshaus. Oh, nein. Der ist Ostkorb. Sieht aus wie Schläger. Jetzt wird gerade vibriert. Jetzt bitte höher. Hab dich! Ich war zu spät da. Aber noch ein bis zwei Orte sollten reichen, um ihr Versteck zu finden. Ja, ja, noch ein bis zwei Ordner. Das kannst du nicht sein. Spider-Männer. Spider-Männer. Zwei mal die Katze reichen. Dann haben wir's. Heute ist ein Tag der Besinnung, an dem wir um gefallene Helden wie Jefferson Davis trauern und sie ehren. Aber heute schwören wir auch, niemals wieder. Das muss aufhören. Die Leute sagen, ich schiebe alles... Stimmt das nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Äh, wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126 Stone Powell. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Ja, wenn wir das nicht waren, wer weiß dann. Vielleicht einfach los. Los geht's. Lohnpower aktiviert. Da ist das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt. Bin unterwegs. Äh, wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang. Nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Nicht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Du bist zurück. Vielen, vielen Dank, dass du meine Freundin gerettet hast. Ich dachte, sie verbrennt. Gern doch. Ich will nachsehen, ob es allen gut geht. Aber der Rauch setzt mir zu. Wissen Sie noch, wo ich als nächstes war? Sorry, hab meiner Freundin geholfen. Ich denke, du bist wieder da hoch. Danke. Grüß an ihre Freundin. Dieser falsche Spider-Man hilft als... Er hat die Feuerleiter genutzt. Meine Netze hat er wohl nicht drauf. Hat mein anderes sich etwas zurückgelassen? Schnelle Reaktion mit dem Feuerlöscher, Spidey. Ein Feuerlöscher, ha? Wo hat er den gelassen? Ja. Er hat ein Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? Adp. Standard. Und leicht nachzuverfolgen. Er hat Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Er ist ein Fußgänger. Keine Netze, keine Kräfte. Was er da macht, ist Selbstmord. Das ist doch schön. So weit kann er ja dann gar nicht. Bis dann, Spidey. Achtung. Hör auf. Hallo? Diese Hot Dogs riechen super. Nicht übertreiben. Hast heute schon einen bekommen? Was? Bekommt gratis Hot Dogs? Bekomme ich nie. Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. Lass mich in Ruhe. Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf den Dach. Ehrlich. Ich. Okay. Bleib. Einfach. Sauber. Ja? Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Mein Doppel... Die Drogen sind noch hier. Er scheint es gut zu meinen. Die Polizei wird schon aufräumen. Der falsche Spidey ist wohl die andere Feuerleiter runter. Das ist er. Die Leute mögen ihn wohl. Ich meine mich. Ich... Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich. Da ist jemand in Not. Okay. So rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lass ihn gehen. Ja. Klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow. Hey Jungs. Ich bin nicht der echte Spidey. Nee. Bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Wusste ich's doch, dass es mehr als einen gibt. Töte beide. Ich schaffe das G. Ich soll die Chance verpassen, den echten Spidey zu helfen? Niemals. Geil! Du kannst kämpfen! Schweig! Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde. Und ich hab alles über die숙 massacre! Das war's für heute. 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 Alter! Das war's für heute. 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 Das war's für Maybelline How it tastes. Das war's für heute. Das war's für heute. Sorry. Das war's für heute. Noch nicht. Nein. Nein. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Ah. Jetzt häng ich hier hinten unten auch noch fest. Mein Kopf ist stets auf die Tauben fixiert. Ich bin ein schlechter Taubenfänger. Was? Ja. 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 Die Dämonen sind Selbstmörder. Da ist eine Bombe im ersten Auto. Ja. 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 Wack. Ja. Ja. Die Dämonen Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung Ja Tauber hab ich verkackt Jetzt werden wir die Chancen ab 10.30, wir haben einen Raubüberfall Oder jetzt schon wieder Verfügbare Officer, bitte nach Yorkville Überwegs Hier, ich wollte mich nicht zur Hauptmission Man lässt mich, man lässt mich nicht Warum? Hey, hier bin ich Meine Herren, ich muss sie aus dem Geschäft bitten Hey Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Fisks Verhaftung hat alle kleinen Kriminellen aus der Versenkung geholt Alter Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und ein Zettel für die Copstar gelassen Hast du schon mal gesagt? Taube im Visier Komm schon Die ist schnell Ja Toll Hey, langsam Könnte ich nur taubisch Es ging wieder nicht in dieser Kurve Jetzt bin ich zu niedrig Jetzt bin ich zu niedrig Jetzt ist das was Das war die Kurve, wo ich zuschlag Oh, lauft doch die Wand Geht du in der Überblick Jetzt bin ich aus dem Fingern Wir halten dich an jeder Wand fest Ja, glaub doch einfach die Wand Alles, was ich habe ist, wenn es nicht nur die Kritte Die ich für niemanden aufs Spiel setze Also, was ist das für ein Wichtige Eilmeldung Die sie in meiner Schau Zum allerersten Mal Preis geben Eintaus Nach dem brutalen und feigen Anschlag aufs Rathaus. Was pappelt er denn als mir das Ohr dazu von der Seite? Dieser kleine Blödkopf. Wo ist denn die letzte Taube und die letzte Katze? Hier ist die Katze. Bei dem ich fast ums Leben gekommen bin, ist es klar, dass unsere unterbesetzte Polizei Hilfe braucht. Und ich versichere den Einwohnern von New York, dass ich sie ihnen geben werde. Haha, meine Worte. Alle haben gehört, wie ich es gesagt habe. Wir greifen meine Idee auf, Cops aus Lake Placid herzubringen. Ah, nein, obwohl die Idee gut war. Nein, das wäre eine Sicherheitsfirma, wie sie auch unser Militär nutzt, um unsere Truppen über See zu unterstützen. Was braucht es denn? Nein, das nervt mich. Aber ihre Qualifikationen sind tadellos. Das klingt grandios, Herr Bürgermeister. Obwohl ich erst mein endgültiges Urteil abgeben kann, wenn ich alle Fakten kenne. Genau das erwarte ich auch. Und ich betone, dass die unsere Gesetze wieder auf keinen Fall ersetzen wollen. Wir ergänzen sie nur auf unbemokratische, aber auch fest effektive Art und Weise. Ich fühle mich gut, dass ich nun Gelegenheit habe, Ihnen meine Theorie über die Zusammenarbeit von Spider-Man mit den Dämonen zu unterbreiten. Und die Theorie ist faszinend sicher. Aber meine Ärzte raten mir, mich jetzt auszuruhen. Also wenn ich darf. Oh, selbstverständlich. Danke, fairen Anruf, Herr Bürgermeister. Meine Leitung ist immer für Sie offen. Jared, hast du gehört? Hart, aber fair! Das ist unser neuer Slogan. Wir egal, den sonst noch verbindet. So, das ist die halbe Stadt durch. Rett die Mietekatze. Dann können wir nämlich das Kapitel Mietekatze schließen. Nächste Folge fangen wir vielleicht mit. Kapitel X schließen. Was machst du denn? Du sollst da oben auf das Dach drauf. Hier. Danke. Es braucht einen Block, um einen Black Hat zu finden. Grob geschätzt hat sie ungefähr 49 Millionen erbeutet. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. 49 Millionen. Ich sehe, da bin ich Attendium. Da bin ich. Hab dich! Oh Mann, in der Galerie haben sie den Jade-Tiger. Der ist eine fette Million wert. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Wo denn? Da. Schon wieder zwei Kilometer weg. Das ist eine Mühle. Nein, da sind wir durch. Geht da. Geht. Ach, shit. Boah. Was? Wie triffst du mich denn all? Was? Haben wir doch auch viel solch denn Ausweichen im Boden, Mann! Ahhh... 30.000 Meter schon an der Wand gelaufen. Jawoll! Ich hätte wieder 2 Missionen mehr schaffen können. Ärger mich! Oh nein! Sprengstoff in einem der Dämonen-Autos! Ich muss sie aufhalten! Autodieb Anlieferung! Ich muss sie entschärfen! 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 Waaah D miser tendencies! was er weicht einfach aus dem scheißverschneiden jede wette dass sie nicht mal führerscheine hatten was denn da 300 räder vielleicht mal ein 10 43 haben eine geiselnahme ne das ist bei uns Officer, bitte nach linkern. Meine Güte. Brandheiße Nachrichten. Laut meinen Quellen sind die Dämonen nun die Hauptverdächtigen für die Bombe im Rathaus. Sollte dies tatsächlich so sein, revidiere ich meine Aussage, dass Spider-Man nicht schuld ist. Dann würde er zumindest eine Mitschuld tragen. Durch die waghalsige Art und Weise, in der Wilson Fisk zur Strecke gebracht wurde, entstand das Loch, in das die Dämonen jetzt... Freedom Tunnel. Vor Fiest eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose, aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Hier ist doch eine Katze. Bingo. Das scheint die ganze Beute zu sein. Finanzdaten über die Magia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Fisk hat das vor Jahren als gestohlen gemeldet. Wein von einem Magia-Weingut. Was ist das? Spinne. Du bist hierher gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Trophäe erhalten Tatsnack drücken. Wir haben jetzt einen geilen Anzug gekriegt. Spider-Man, Black Cat hat die Beweise aus der Aserwatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Aserwatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow. Das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was ist jetzt los? Die ganzen Katzen. Oh. Na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Dann geht es Richtung Hauptmission weiter. Das Katzen-Ding haben wir immer noch gelöst. Die leiden sich sogar aus den Kostümländern aus. Wenn man 50 Millionen liegen lässt, dann will man bestimmt 100 werden. Da hinten wird gerade beschossen. Das ist ein Lachen. war ich glaube ihr habt ein diese spät